Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte und wie ihr bereits vielleicht schon mitbekommt, ich versuche nun wirklich wöchentlich ein Update-Video für euch rauszubringen. Es gab ja eine Zeit lang, wo glaube ich mal einen Monat Pause hier zwischendrin war. Das war ein bisschen bedingt an mir, ein bisschen bedingt an keiner Zeit, viel Arbeit. Jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger geworden. Wie es die nächsten zwei Wochen aussieht, kann ich euch noch nicht versprechen, ob da dann auch jede Woche eins kommt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, denn ich möchte euch ja wie gesagt auf dem Laufenden halten. Es tut sich viel auf der Map, deshalb gibt es für euch ein bisschen was zum Anschauen. Ja, im letzten Übersichtsvideo habe ich euch hier den Neusser Hauptbahnhof gezeigt. Das ist nun hier von nördlicher in südlicher Richtung. Ich habe hier eine Schleife bauen müssen. Hier wird es dann Richtung Aachen gehen. Das Ganze habe ich dann wie gesagt so gebaut, dass wir hier eine Schleife haben, damit ich die Linien benutzen kann. Genau. Ich habe hier auch den Talent im Einsatz, auch wenn der flackert. Das ist mir mal egal. Hauptsache ich habe schon mal den richtigen Zug da drauf, wie ich das Flackern dann wegbekomme. Das muss ich dann noch schauen. So, dann habe ich euch das Ganze schon gezeigt und wir sind letztendlich dann auch hier in Dormagen hinten fertig. Hier habe ich bei diesen zwei Haltestellen diese Unterführung wirklich mit beachtet. Das könnt ihr euch mal auf Google Maps anschauen. Da habe ich dann wie gesagt darauf geachtet, dass es wirklich so original wie möglich aussieht. Ich hoffe, ich glaube, das ist mir auch gut gelungen. Aber worum es heute gehen soll, ist eigentlich ein großer Teil des Neusser Güterbahnhofes, den wir hier sehen. Es sind deutlich weniger Gleise als das Original hat und der Güterbahnhof ist auch ziemlich gerade. Das liegt einfach daran, dass die Hauptstrecke ich auch eigentlich schon fast zu gerade gebaut habe. Also normalerweise würde dieser Güterbahnhof voll in der Kurve drin liegen. Gut, war jetzt halt baulich so anders nicht möglich. Ich habe den halt wie gesagt parallel zu dieser Haupttrasse angelegt und dann meine ganzen Gleise und alles platziert. Genau, dann haben wir hier das ganze Stellwerk. Da davon habe ich hier das kleine rein platziert. Ich habe anfangs das große Züricher drin gehabt. Das ist aber A zu modern und B einfach zu groß, finde ich. Also dieses kleine passt hier auch schön rein. Und wie ihr seht, ich habe hier auch schon begrünt. Grüße an dich, Yoshi. Du möchtest immer gern, dass ich begrüne. Mache ich mittlerweile. Ich habe auch hier jedes Gleis hier im Güterbahnhof auch schon mit Spitzkehren und mit Signalen versehen. Das heißt, dort kann ich dann auch demnächst Güterwagen dann einfach abstellen. Genau, dann haben wir hier die Stadtstraße, wo hier oben drüber geht. Da habe ich dann hier das eins freigelassen und habe das als Sackgleis gemacht. Dann so wie es in etwa im Original ist. Und das ist dann die Ausfahrt, die war letztes Mal auch noch nicht fertig. Das ist hier die Ausfahrt nach Meerbusch. Meerbusch, da haben wir ja hier nochmal einen kleinen Abstellbereich mit der zweigleisigen Strecke, die dann auf die Hauptstrecke draufkommt. Und ja, das war schnell gebaut, weil das ist einfach gerade in eine kleine Kurve. Und dann wieder gerade bis Meerbusch. Das Ganze sieht bei mir folgendermaßen aus. Das ist hier einmal ein normaler Standardbahnhof. Und auf dieser Seite habe ich den modernen Regio-Bahnhof als Asset rausgenommen. Der Bahnsteig ist ein bisschen länger, ist auch moderner als der gegenüber. Und haben natürlich auch hier die Straße reingebaut. Die ist in etwa auch so. Was im Original nicht ist, sind die Weichen. Die brauche ich einfach, weil ich die Linien RE6 und RE7 in dem Bahnhof hier enden lasse. Hier wird es dann noch weitergehen nach Krefeld. Hier hinten werde ich dann höchstwahrscheinlich noch Spitzkirchen reinbauen, und wo ich dann den Güterverkehr umdrehen lassen kann. Signalisiert ist auch schon alles soweit. Das ist wie gesagt das Neusser Dreieck. Das war wirklich eine der kompliziertesten Sachen. Weil wir ja hier einmal dann runtergehen. Und dann diese Zweigleisigen Strecke muss dann hier hoch. Also das war wirklich Kopfzerbrechen. Wo ich dann auch Kopfzerbrechen bekommen habe, ist hier dieser Tunnel. Mit der Anbindung direkt hier hinten an das Industriegleis. Dort habe ich mich mal selber versucht Brücken zu bauen mit Joffreys Brückenassets Mod. Und ich finde, es lässt sich ansehen. Also ich habe hier dann auch schon ein bisschen begrünt angefangen. Hier muss ich noch ein bisschen Wald reinsetzen. Also ich denke, dass diese Brücke deutlich besser angesehen ist als irgendeine Standardbrücke. Ist aber auch mal was anderes. Genau. Hier wird dann noch das große Industriegelände entstehen. Von Neusser Ah, jetzt habe ich es vergessen. Neusser Vorstellbahnhof ist das, glaube ich. Das ist etwa hier. Das sind so 10 bis 12 Gleise. Das werde ich auch machen. Und auf Wunsch vom Yoshi werde ich auch hier ein paar Hafentrassen hinbauen. Einfach, weil er es sich gewünscht hat. Ja, dann halten wir im Grunde diesen Bereich südlich, südöstlich und westlich von Düsseldorf abgeschlossen. Und wenn man jetzt mal so die ganze Bauphase betrachtet, ab hier. Weil ab hier habe ich ja dann wirklich angefangen, wieder die Map zu spielen. Also ich würde schon sagen, das Ganze hier mit Düsseldorf, Umstrukturierung dieser Strecke plus Bau der ganzen südlichen Trasse hier. Ich glaube, müssen mittlerweile schon knapp bei 100 bis 150 Stunden allein für das. Also 100 Stunden würde ich da schon anrechnen. Auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein kleines anderes Update für euch. Das ist bei Hattingen. Hattingen. Da springen wir mal kurz rüber. So, Hattingen ist hier. Ich habe ein Video gefunden, wo ich die schöne Ruhrtalbahn mir angeguckt habe. Das wäre einmal hier von dem Hattinger Bahnhof weg. Das ist eine eingleisige Strecke ohne Oberleitung. Und da möchte ich mich wirklich viel Mühe geben, das so original wie möglich nachzubilden. Also ich habe auch hier schon angefangen, dann hier dieses Stumpfgleis dann zu machen. Ja, auch wirklich schön begrünen mit diesem Rangierschild, mit diesen Sperrsignalen, die da wirklich noch sind, weil das früher eine zweigleisige Strecke ist. Dann hier dieser Bahnsteig, dieser Bahnsteig, dieser Bahnübergang. Dann kommt hier ein großes Industriegebäude hin. Auch das, also wie gesagt, ich habe mir das Video angeguckt und habe so gut wie möglich nachgebaut. Natürlich durch die Verzehrung der Map ist alles ein bisschen eingequetscht. Dann hier dieses Einfahrsignal steht auch wirklich da mit der Fernsprechbox. Dann wird hier ein kleiner Parkplatz entstehen für diesen kleinen Haltepunkt, denn das ist die Strecke der Museumsbahn, die hier hinten in Bochum-Dahlhausen hier hinten rüber geht, komplett bis nach Hagen. Das werde ich später auch so einführen. Genau, dann geht es hier weiter. Hier, da haben wir den Halt, Henrichshütte, wie man auch immer auf den Namen kommt, ich weiß es nicht. Und normalerweise wären zwischen dem Bahnsteig und dieser Abzweck, so diese Industrie hier, da wäre noch jede Menge gerade Strecke, aber einfach durch die Zerrung ist es mir nicht möglich. So, dann natürlich die ganzen Haltepunktschilder, die Pfeiftafeln, darf man natürlich auch nicht vergessen. Alles so, wie es im Original ist. Genauso auch hier der Zaun mit dem Busch, der beidseitiger Zaun mit dem Busch, hier der kleine Laufweg für Fußgänger. Also da habe ich mir wirklich Mühe gegeben, habe auf Google Maps geschaut und habe dann einfach losdekoriert. Hier habe ich gerade noch zwei alte Wägen abgestellt, die sind dort auch abgestellt, einfach auf einem Stückchen Gleis. Dann haben wir hier wieder eine selbstgebaute Brücke. Oder dann auch hier dann unter der Stadtstraße, der vierspurigen Stadtstraße, dann unten durchgehen. Dann haben wir hier einen kleinen Fußgängerüberweg her, wo wir auch wieder natürlich mit Pfeiftafeln und alles haben. Dieser kleine Tunnel. Und da geht es dann noch weiter mit Ausdekorieren. Da bin ich dann gerade dran. Aber auf jeden Fall, also von meiner Ansicht an, finde ich, wenn ich allein hier schon durchfahre, wenn jetzt das Gebäude hier noch stehen würde, dann kann sich das auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Also ich kann nicht nur Gleise bauen, wer das gedacht hat, sondern ich versuche mich, wie gesagt, in nächster Zeit auch ans Ausdekorieren. Das ist mir dann auch wirklich sehr wichtig. Und ich möchte auch, dass diese Strecke eines der schönsten Strecken auf der ganzen Karte wird. Denn das ist eine alte Museumsbahn. Das muss wirklich gut aussehen. Genau. Dann geht es hier hinten. Das ist alles Waldstück. Hier haben wir einen Mini-Bahnsteig mitten im Wald. Auch wieder mit einem kleinen Fußüberweg. Und hier hinten habe ich dann auch schon versucht, ein bisschen zu basteln. Wir haben hier den Haltepunkt Haus Chemnade. Ich kann es fast nicht aussprechen. Da habe ich dann das Haus direkt, so wie es ist, auch an den Bahnsteig gesetzt. Hier kommt man aus dem Wald raus. Und da ist dann eine Straße. Und wir haben hier eine riesige Recycling-Firma. Und das kann natürlich... Die Bahnsteige waren für mich bloß eine Orientierung. Dann jetzt nicht verwirren lassen. Und da war es mir zum Beispiel auch wichtig, dass es ziemlich original aussieht. Das heißt, hier ist ein Gebäude. Dann kommt ein Schallschutzwand. Dann kommt ein Übergang. Dann kommt nochmal Schallschutzwand. Also, ich bastel das nicht irgendwie frei aus dem Kopf. Sondern ich gucke mir wirklich die Mitfahrten. Ich gucke mir Google Earth an und alles mögliche. Das ist mir dann wirklich wichtig. Dann haben wir hier die große Halle. Und haben auch hier... Wer es jetzt nicht sieht, ich habe... Da sind zwei Schienen drin. Einmal hier und einmal hier. Als auch eine Straße. Und das war wirklich ein bisschen gebastelt. Das habe ich auch mit Joe Freed's Mod gemacht. Da werden nämlich nachher Güterwagen... Da wird nachher ein Rangierbetrieb stattfinden. Genauso auch hier drüben. Dort liegt auch ein Gleis in der Straße drin. Und da habe ich gerne... Oder da möchte ich gerne hier einfach LKWs fahren lassen. Und gleichzeitig den Rangierbetrieb haben. Das wird nachher später... Also von meiner Ansicht her gut aussehen. Da bin ich auf jeden Fall zuversichtlich. Genau, dann kommen wir hier aus dem... Aus der Recyclingfirma raus. Und kommen dann hier nach... Äh... Herr Bede. Und normalerweise... Also ich habe jetzt einfach hier mal den Regiosprinter draufgesetzt. Einfach damit ich mal ein Fahrzeug habe, das da fährt. Normalerweise fahren da... Ähm... Kleine Güterzüge. Oder... Der Schienenbus fährt er auch. Ich werde auf jeden Fall nachher den Schienenbus und wahrscheinlich ein oder zwei Güterlinien über dieses Gleis schicken. Genau, und hier sieht man noch... Hier ist komplett noch nicht ausdekoriert. Hier kommt dann eine kleine Ortschaft hin. Und... Wie gesagt, mir war das wirklich wichtig, dass zumindest mal auch der Streckenverlauf dann einigermaßen gut aussieht. Äh... Wir kommen dann hier wieder aus dem Wald raus. Dann kommt von hier oben diese Straße. Und dann haben wir hier auch ein kleines... Ähm... Ein kleines Eisenbahnmuseum ist es sogar. Da stehen auch ein paar alte Wägen. Ähm... Ich weiß nicht. Also da... Da legt ja jeder... Immer ein bisschen anders... Ähm... Anderen Wert auf seine Map. Aber mir ist es halt wichtig, dass ich wirklich die original... Oder versuche die originalen Strecken zu haben. Dass ich die originalen Bahnsteige habe. Das heißt, ich brauche jetzt... Ich will jetzt hier auch keinen Bahnsteig haben mit irgendeinem Gebäude. Sondern das ist halt einfach nur ein Bahnsteig fertig. Deshalb gibt es ja diese... Äh... Die Bahnhofsassets. Das ist halt wirklich... Einer der Punkte auch, was mir wichtig ist. Ja. Hier genauso. Hier habe ich dann auch schon angefangen. Auch... Das ist auch mit Joe Freeds Mod gemacht. Dann habe ich hier schon ein paar Häuser hingestellt. Und hier die Einfädelung. Dann Richtung Hagen. Und habe dann hier auch noch... Äh... Den Güterbereich von Hagen ein bisschen umgebaut. Das war alles... Ähm... Das, was ich letzte Woche geschafft habe. Wie gesagt, das... Äh... Allein die... Dieser Industriepark hier. Da habe ich gestern, glaube ich... Acht Stunden mit verbracht. Bis ich... Bis es wirklich mal so aussah, wie ich das wollte. Aber ja. So sieht es... Mittlerweile auf der Karte aus. Beziehungsweise... Das ist das, wo es in der letzten... Wo ich in der letzten Zeit arbeite. Im nächsten... Nächste Woche werdet ihr dann sicherlich hier die... Vollendung der Ruhrtalbahn sehen. Da können wir auch gern mal eine Mitfahrt machen. Äh... Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber ja. Ich verabschiede mich... Fürs erste Mal. Und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder dabei seid. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.